Danke, dass Sie uns Agent Coulson zum Aufräumen geschickt haben. Sie waren zu der Zeit shieldbehilflich. Außerdem kann ich das abrechnen. Aber es gibt noch etwas, wofür ich Ihre Hilfe brauche. Magneto hat den Tesseract gestohlen und wir haben seine Energiesignatur nach Latveria verfolgt. Endlich ist es an der Zeit Operation Latveria zu starten. Warum hat das Planen so lange gedauert? Genehmigung, Gegenzeichnungen, vier Änderungsrunden. Unglaublich, die Bürokratie, mit der ich mich hier rumschlage. Wenn Doom die Kraft des Tesseracts mit diesen kosmischen Steinen verbindet, könnte das sehr gefährlich werden. Wir müssen ihn aufhalten. Jetzt geht's! Äh, nein, noch nicht. Sagen Sie es Ihnen, Sir. Eine Bedrohung nach der anderen Kursen. Ich hoffe mal stark, dass wir nicht nach Latveria laufen müssen, Reed. Tja, ein bisschen Bewegung und ein paar Brocken weniger würden dir ganz gut tun. Die Unsichtbare. Mal im Ernststreet. Wie sollen wir denn dorthin kommen? Mit dem Fantastica natürlich. Ich glaube, es steht immer noch irgendwo im Central Park. Können wir einfach ein Auto klauen. Hallo, ihr Fantastischen Vier. Ihr werdet sofort in Latveria gebraucht. Mit dem Fantastica seid ihr im Nu da. Dann laufen wir mal ins Hanschmur Park, ne? Ja, gibt man natürlich auch. Philippe Nase anscheinend. Du kannst dich hier in etwas Nützliches verwandeln. So. In den Rad. Äh, heute brauche ich wohl nicht zu duschen. Wodurch will wahrscheinlich das Huntastica kriegen. Im Herzen Mitteleuropas liegt ein kleines Land namens Latveria, das Viktor von Doom regiert. Aber das rustikale Äußere seines Schlosses täuscht. Innerhalb der alten Mauern befindet sich eine hochmoderne Waffenkammer. Und sogar ein Breitband-Internetanschluss. Alles klar. Jetzt, die Info war richtig. Ja, wie muss er denn das Böse kontrollieren? Ach ja, den Beinen sauber, der da. Und legt. Und legt. Schön. Hat es auch Satellitenradio. Hier beginnt der terianische Luftraum. Das örtliche Wetter, dies da, mit 80%iger Schultenwahrscheinlichkeit. Und deiner 100%igen Angriffswahrscheinlichkeit. Wir setzen das Fantastica auf Autopilot, damit wir reinspringen können. Die Fackel und ich werden die Landezone sichern. Arschbombe! Pff. Jungs, ich glaube, wir wurden entdeckt. Pass auf! Ja? Äh, Stein schlägt Sprengstoff. Richtig? Ja, natürlich. Macht euch bereit! Zieh mal eine an! Johnny hat es tatsächlich geschafft! Ist das ein Medikettverfass? Das habe ich schon mal im Film gesehen. Ja, klar. Der grüne Kobold ist hier. Oh. Ja, warum? Du heuert jeden Halunken an, den er kriegen kann. Ich frage mich, was er ihnen Tolles dafür bietet. Scheint sich zu lohnen. Er hat auch eine ganze Armee an Sicherheitswachen. Ben, ich glaube, jetzt geht's rund. Ach, Mann. Das war mein Spruch. Direktor Fury. Hören Sie. Wir wurden vom Kurs abgedrängt. Bitte antworten Sie. Das bringt nichts. Unser Signal wird immer unterbrochen. Du musst ein Störgerät in der Nähe haben. Ups. Ah, ich kann nicht gut dazu. Okay. Sie machen. Okay. Hallo. Sie macht das Magischeste mit. Ah, schön, da gleich drei zu sagen. Ich glaube, ich kann es noch nicht. Okay, ich kann es nicht. Okay. Okay, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. So. Okay. Das Ding hat nicht ganz was hier passiert. Hä? Hallo? Möchtest du jetzt hier irgendwo hinsetzen oder nicht? Ja, weiß ich. Und? Steh jetzt nicht grad und nicht ganz was ich hier machen soll. Ja, das ist gut. 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 Mach den doppel. Sweet. Das ist gut. Das ist gut. Das weiß ich auch nicht. Ja, so. So, so kann ich hier umspringen. Ah, jetzt habe ich es. Schön, wenn es einfach irgendwie feststehen würde. Ich bin nur noch nie. Es ist gut. Es ist gut. Was ist das? Was ist das? Ah, sie kann anscheinend auch Captain America Ablinkschäde benutzen. Ja, sie kann selbst ein Schläder schaffen. Das ist noch nicht ganz, was ich hier jetzt abschießen will. Hm. Das sehe ich noch nicht ganz, was jetzt hier irgendwie Sinn macht. Jetzt auf einmal. Alles klar. Jetzt auf einmal dreht sich noch mal gespürt. Ja. Ja, und nur eine Lübe schreibt her, die Laser oder Flammen haben. Diese Schüssel könnte die Quelle für die Störungen sein. Wir müssen sie deaktivieren. Jo. Machen wir. Ja. Ja. Oh, du. Ja. 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 Oh mein, komm, schüttchen! Komm, pass mal was in der C.S. sonst geht's. Zum Beispiel den Akkuschrauber. Und dann hack er das Teil. Und der jetzt? Achso. Leute. Bitte melden! Hört ihr mich, ihr fantastischen Vier? Klar und deutlich. Wir haben einen Funkmast ausgeschaltet, der unsere Signale blockiert hat. Ich bin auf der anderen Seite des Schlosses. Wir könnten Verstärkung gebrauchen. Schnell! Oh, komm, schüttchen! Warum löst du dich nicht einmal in Luft auf? Warum löst du dich nicht einmal in Luft auf? Warum sollte ich? Ich sehe keinen Sinn da drin. Stopp. Warum sollte ich mich unsichtbar machen? Ich sehe keinen Sinn da drin. Warum sollte ich mich unsichtbar machen? Ich sehe keinen Sinn da drin. Ich sehe keinen Sinn. Ich sehe keinen Sinn. Ich sehe keinen Sinn. Sitzung jetzt gibt es jetzt schön dass da oben jemand ist zu wissen ja jetzt so gut hoch ja 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 Das ist ja so, wenn man, ich spiele. Ah, jetzt, ne? Ja. Gut. Das ist schön, dass der eine ja an den Bücken schießt, ne? Ich frag gar nicht wieder auf, wenn ihr hierherkommen seid. Ach. Ich brauch nur ein Ding. Dann sieh. Damit müsste Fantastic dann... ...verdurchtet. Und dann weiter. Und kriegt wieder eine schöne Plattform. Mal gucken, was er jetzt diesmal verwandelt. In... Eine Batterie? So wie sie aussieht, fahren wir letztlich einfach in eine Patina. Die, die nächste Brücke verstanden hat. Hm. Steht ja auch schon auf einer Fläche. ... ... ... ...